Hi, ich bin Samantha. Als ich in die Oberstufe kam, fühlte ich mich zunächst super wohl und dachte, es wäre ein fantastisches neues Kapitel in meinem Leben. Ich konnte neue Freunde kennenlernen, neue Dinge erleben und hoffentlich würde ich beliebt sein bei den anderen. Aber wie sich herausstellte, war das schwieriger als ich dachte. Weißt du, vorher war ich nicht gerade das beliebteste Mädchen in meiner Stufe. Klar, ich hatte ein paar Freunde, aber irgendwie fühlte ich mich auch ignoriert und schien den Leuten egal zu sein. Das wollte ich nicht noch einmal in der Oberstufe erleben. Auch wenn ich ziemlich optimistisch war, was die neue Stufe anging, merkte ich doch schnell, dass ich im Gegensatz zu vorher nicht wirklich viel verändert hatte. Irgendwie wurde ich nicht richtig warm mit den anderen. Es schien so, als würden alle anderen mich für ein durchschnittliches oder sogar langweiliges Mädchen halten. Also überlegte ich, wie ich mehr Aufmerksamkeit von den anderen Leuten in meiner Schule bekommen könnte. Ich fing an, meinen Klamottenstil zu verändern. Dabei probierte ich neues Make-up aus oder änderte meine Frisur. Ich trug andere Kleidung und obwohl ich sehr schüchtern war, ging ich auf andere Leute zu und redete mit ihnen. Damit machte ich zwar kleine Fortschritte, aber das ging mir alles noch nicht schnell genug. Die Ergebnisse waren eher mäßig. Was könnte ich denn noch unternehmen? Fragte ich mich. Was würde mich so cool wirken lassen wie Beverly, der Star unseres Cheerleader-Teams? Oder Allison, die mit dem Kapitän der Fußballmannschaft zusammen war? Ich zerbrach mir meinen Kopf darüber, aber mir fehlten die Ideen. Mein Leben war halt einfach nur langweilig. Aber dann hatte ich eine Art Eingebung. Vielleicht war das mein Problem. Mein Leben war einfach zu langweilig. Ich musste mich selbst interessanter machen, cooler und einflussreicher. Aber wie sollte ich das anstellen, wenn mich jeder für unwichtig und uninteressant hält? Dann dachte ich mir, ich werde einfach anfangen, mir Dinge auszudenken, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich musste also Lügen erfinden. Meine Mutter hatte mir zwar immer gesagt, dass es nicht richtig sein würde zu lügen, aber sie hatte mir nie erzählt, wie ich ohne zu lügen für meinen Mitschüler interessant werden konnte. Also beschloss ich, meine neue Theorie einmal zu testen. Am Anfang wäre es sicher besser, kleine Lügen zu erzählen, damit die Leute mir glauben würden und um zu schauen, ob ich dadurch mehr Aufmerksamkeit bekam. Eines Morgens, als ich in der Schule ankam, sah ich ein paar ziemlich beliebte Mädels zusammenstehen. Sie sprachen über den neuen Song von Justin Bieber und schienen ihn zu mögen. Ich kannte eins der Mädchen und ging selbstbewusst auf die Gruppe zu. Ganz cool bleiben, sagte ich zu mir, als ich auf sie zuging. Sie werden dir schon glauben. Auf einmal stand ich neben den fünf Mädels. Sie verstummten, schauten mich an und wussten nicht wirklich, warum ich neben ihnen stand. Der neue Justin Bieber-Song ist wirklich klasse, oder? sagte ich. Ja, antwortete eine von ihnen. Ich stehe total drauf, habe ihn seit einer Woche rauf und runter gehört. Die anderen Mädels schauten mich nur an, weil sie nicht wussten, was ich bei ihnen wollte. Das Mädchen, das ich kannte, schaute mich überrascht an. Mein Herz schlug schneller, denn ich war kurz davor, sie allesamt anzulügen. Ich sammelte all meinen Mut zusammen, öffnete meinen Mund und sagte, wisst ihr, ich habe ihn letztes Jahr im Juli getroffen. Er hat mir ein Autogramm gegeben und gefragt, ob wir was unternehmen wollen. Hat er nicht wirklich getan, sagte Karen, die sowas wie die Anführerin der Gruppe war, weil sie so beliebt war. Ist das dein Ernst? Klar, erzählte ich weiterhin meine Lüge und zeigte ein Foto von uns zusammen. Er sieht richtig gut aus, wisst ihr? Würde man gar nicht denken. In Wirklichkeit war dieses Foto entstanden, als ich ihn durch Zufall aus einem Auto hatte steigen sehen. Ich hatte damals schnell ein Foto gemacht. Wo hast du ihn getroffen? fragte ein anderes Mädchen, die nicht ganz glaubte, dass ich die Wahrheit sagte. Mist, was sage ich denn jetzt? Jetzt musste ich mir was Glaubhaftes einfallen lassen. Ich war in so einem angesagten Sushi-Laden, aber irgendwie hatte mein Handy keinen Empfang, also bin ich kurz rausgegangen. Er war durch Zufall in einem Restaurant nebenan und hatte dasselbe Problem. Stand auch draußen und versuchte, mit seinem Handy klarzukommen. Oh mein Gott, sagte Karen. Und was ist dann passiert? Naja, erzählte ich weiter und fing an, mich wohler zu fühlen. Irgendwie konnte ich fast kein Wort rausbringen. Ich meine, es war Justin Bieber. Aber ich habe dann, oh mein Gott, du bist Justin Bieber, rausgebracht. Er schaute von seinem Handy auf und sagte, ja. Jetzt waren sie alle überzeugt von meiner Geschichte und lachten und kreischten durcheinander. Also fuhr ich fort. Ich wusste, dass ich nicht viel Zeit hatte. Er würde ja nicht ewig dort stehen. Ich wollte unbedingt ein Autogramm. Meine hatte nichts zum Unterschreiben. Also fragte ich, ob er auf meiner Handyhülle unterschreiben konnte. Klar, sagte er. Also gab ich ihm Stift und mein Handy. Er gab mir ein Autogramm und dann sagte er, wir könnten ja später noch was zusammen unternehmen. Die Mädels konnten es gar nicht fassen. Sie wollten unbedingt diese Handyhülle sehen. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Tag eine von ihnen sah, fragten sie nach mehr Informationen über ihn. Ich war überglücklich. Als ich an dem Tag von der Schule nach Hause kam, wusste ich, dass ich genau so weitermachen musste. Das war meine Chance, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Es war unglaublich. An diesem Abend besorgte ich mir eine alte Handyhülle, nahm einen Stift und kritzelte Justin Bieber darauf. Es sah ziemlich unordentlich aus. Eben genauso, wie Jungs unterschreiben würden. Als ich sie am nächsten Tag mit in die Schule brachte, wurde ich von Karen eingeladen, mit ihnen zusammen Mittag zu essen. Wir waren seit mehreren Jahren auf der gleichen Schule. Aber sie hatte bis dahin nie mit mir gesprochen, geschweige denn, mich zum Essen eingeladen. Als ich sie so sah, wie sie die Hülle voller Bewunderung begutachtete, wusste ich, dass ich auf dem richtigen Weg war. In den nächsten Wochen erzählte ich weiter meine Lügen, um meine Beliebtheit zu behalten. Ich erzählte den Sportlern aus meinem Chemiekurs, dass ich beim Finale der World Series im vergangenen Jahr dabei gewesen war. Den Strebern sagte ich, ich hätte jede Folge von Big Bang Theory geschaut. Und ein paar Mädels in meinem Chor sagte ich, dass ich durch eine genetische Veränderung in der Lage war, so zu singen wie Adele. Alles in allem lief es ziemlich gut. Aber eines Tages habe ich es einfach zu weit getrieben und du wirst nicht erraten, was passiert ist. Es fing an einem Freitagnachmittag an, als ein paar der beliebten Schüler darüber redeten, nach dem Unterricht an den Strand zu gehen. Brian, dieser süße Lacrosse-Spieler, hatte angeblich eine Klippe gefunden, von der aus man ins Wasser springen konnte. Ich wollte so unbedingt bei diesem Trip dabei sein. Es wäre die Gelegenheit für mich, um endlich in den Kreis der beliebten Schüler aufgenommen zu werden. Aber da ich mehr so eine Randerscheinung in dieser Gruppe war und nicht zum Kern gehörte, war nicht sicher, ob sie mich einladen würden. Also setzte ich wieder meine Superkräfte ein und log. Wisst ihr, sagte ich zu der Gruppe, ich bin schon einmal von Klippen gesprungen. Damals, auf den Malediven, als ich mit meinem Cousin während der Sommerferien dort war. Wir haben damals gelernt, Saltos zu machen. Ich kann euch gern was beibringen. Ernsthaft? Sagte Brian. Du kannst Saltos machen? Wie krass. Einer seiner Freunde stimmte mit ein und sagte, hey, du musst auf jeden Fall dabei sein. Ich hatte es geschafft. Mein komplett erlogenes Talent fürs Klippenspringen hatte ihr Interesse geweckt und sie wollten mich dabei haben. Nach der Schule fuhr ich also mit Karen, Allison, Brian und etwa zehn anderen Freunden in deren Autos in Richtung des Strands, nachdem wir alle unsere Sachen zu Hause geholt hatten. Während wir auf den Strand zufuhren, fühlte ich mich so glücklich. Endlich war ich ein Teil von ihnen. Die Sonne schien, ich hing mit den coolen Kids meiner Schule rum und wir hatten sogar ältere Jungs dabei, die schon Autos hatten. Das alles war so unglaublich. Es ließ mich sogar vergessen, dass ich ihnen ein Salto rückwärts von der Klippe versprochen hatte. Das kurze Hoch über meinen sozialen Aufstieg verblasste jedoch ganz schnell, als wir am Strand ankamen. Brian und seine Freunde hatten wirklich einen idealen Punkt gefunden, um zu springen. Denn als wir aus den Autos stiegen, wurde der Fahrt super steinig und beschwerlich. Wir sind fast da, sagte Brian, als wir uns dem Wasser näherten. Nach ein paar Minuten waren wir angekommen. Ich konnte meilenweit sehen, so hoch oben standen wir an der Klippe. In der Nähe war ein Strand zu sehen und Häuser am Ufer. Wir standen ungefähr in zehn Metern Höhe und die Wellen waren beeindruckend. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Okay, sagte Brians Freund und schaute mich an. Du zuerst. Zeig uns deine krassen Saltos. Ja, äh, sagte ich und versuchte nicht zu stolpern. Klare Sache. Dann zog ich meine Sachen aus und ging ganz langsam zu der Klippe. In dem Moment bemerkte ich bereits, dass die Mädels mitbekommen hatten, wie nervös ich war. Ob sie ahnten, dass ich noch nie von einer Klippe gesprungen war? Ich musste ihnen das Gegenteil beweisen. Langsam ging ich auf den Abgrund zu und sie fingen an, meinen Namen zu rufen. Samantha, Samantha, Samantha. Da stand ich nun und schaute in den Abgrund. Ich starrte einfach nur nach unten. Samantha, Samantha, Samantha. Riefen sie weiter, als ich mich umdrehte und in Position ging, um in einem Rückwärtssalto von der Klippe zu springen. Etwas, das ich niemals tun würde. Als ich dort stand, bereit zu springen, wurde es alles so viel. Diese Lügen über meine Saltokünste waren wie ein Ballon, den mich immer weiter nach oben getragen hatten. Aber jetzt fühlt es sich an, als hätte irgendjemand diesen Ballon platzen lassen. Mir wurde schwindelig und auf einmal brach ich einfach zusammen. In genau dem Moment, als ich springen wollte, brach ich zusammen und fiel aus zehn Metern Höhe in das Wasser. Anstatt einen grazilen Salto hinzulegen, lieferte ich einen Bauchplatscher ab. Glücklicherweise brachte mich das eiskalte Wasser sofort wieder zu Bewusstsein, aber ich hatte Schwierigkeiten zu schwimmen. Brian und seine Freunde sahen dies und sprangen sofort hinterher, um mir zu helfen. Nach ein paar Minuten zogen sie mich endlich an Land. Alle waren hinuntergeeilt. Ich spuckte Wasser und zog Seetang aus meinen Haaren. Ich wartete einfach nur ab, während sich alle um mich versammelten. Du bist nie auf den Malediven gewesen, oder? brachte Brian schließlich hervor. Naja, nein, nicht wirklich, sagte ich, und sie alle schüttelten die Köpfe vor Enttäuschung. Dann ging sie zurück auf die Klippe. Die Katze war aus dem Sack. Meine Lügen hatten mich endgültig eingeholt, denn ich hatte es zu weit getrieben. Von da an log ich nicht mehr so häufig. Ich wollte nicht wieder in so einer Situation enden und von einem Cliff stürzen. Aber Karen glaubt mir bis heute, dass ich mit Justin Bieber rumgehangen habe. Und das ist es, was zählt. Hat dir meine Geschichte gefallen? Lass mich deine Meinung in den Kommentaren wissen und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.